gute flanke und das ist ein sensationstor ein absolutes sensationstor von mohammed abdelau und keinen gönnt man es in hannover mehr als ihm das werden hier muss man erstmal kommen den so im tor unterbringen zu wollen und damit hat glaube ich auch der torwart von manchester united nicht gerechnet das mohammed abdelau mit dem rücken zum tor den ball so verarbeitet mit der linken hake das ist habe ich noch nie gesehen wir wollen den kollegen der sportschein ja nicht vorgreifen aber ich bin sicher dass dieses tor in der auswahl zum tor des monats dabei sein wird schöne flanke von stimmel genau wie man so schön sagt in den raum zwischen widets und kerry verwandelt er